Ich nehme das jetzt nicht negativer, weil die Fans können ihre Meinung kundgeben und wir können uns auch da, finde ich, mit erhobenen Haupt stellen. Und ja, die können dann sagen, was sie schlecht finden und wir versuchen dann vielleicht Rede und Antwort zu stehen. Aber ich sage, dass wir im Moment selber nicht die richtige Antwort haben. Nimmt man diese Eindrücke, die jetzt diese Fans an einen herantragen, nimmt man die im Kopf mit? Ja klar, eine gewisse Zeit. Also jetzt, heute werde ich natürlich auch nochmal nochmal drüber nachdenken, ist klar. Aber wie gesagt, wir müssen das Spiel so schnell wie möglich abhaken, weil es bringt jetzt alles nichts zu sagen, auch alles scheiße und so. Und dann wird es noch schlechter. Deswegen müssen wir einfach jetzt an uns glauben und weiter arbeiten und dann müssen wir es einfach besser machen die nächsten Wochen.